Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Sky. Ja, und der Moa hier, der hatte schon ein paar Eier gelegt. Und ich war auch noch im Äther, das heißt, ich habe jetzt auch noch weiße Moa-Eier. Hier sind erstmal die blauen, da habe ich drei Stück. Und irgendwo sind auch noch die weißen Moa. Oh, so, Moa. Hier sind noch zwei weiße. Und das Gute ist, im Äther habe ich auch noch ein schwarzes gefunden. Deswegen habe ich ja auch den Sattel im Inventar. Und den möchte ich erstmal sofort holen. Danach habe ich noch die Herzen vorbereitet. Denn ich habe jetzt alle, deswegen können wir von jedem Streifen, also rot und gelb, zehn Stück machen. Und das ist schon gut. Gut, so, oh, dort haben wir erstmal das Schwarze. Dort seht ihr es. Und ich versuche das erstmal zu zähmen, obwohl ich... Okay, das war nur eins, gut. So, Blaze erstmal töten. Ganz wichtig. Und ich weiß nicht, wie ich hier hochkommen soll. Die sollen mich ja in Ruhe lassen hier. So, komme ich hier hoch. So, jetzt kann ich hier rennen. Und hier ist es. Tada. Ähm. Hallo. Geht das nicht mit dem Sattel? Oh, ich habe aber ein schwarzes. Das reicht mir auch. Dankeschön. Dann lasse ich dich in Ruhe leben. Und hier wachsen schon wieder solche Blumen. So. Sehr schön. Dann können wir jetzt schon wieder gehen. Was auch immer das jetzt war. Oh nein, die Wolken kommen wieder. Die bösen, schwarzen Wolken. So. Dann. Ich habe auch noch einen Bug gefunden. Hier habe ich ja jetzt, ähm, so. Ja gut. 34 Level. Wenn ich jetzt nach Hause gehe, habe ich 0. So. Kann ich doch gleich... Ja. Hier habe ich 0. Also, das ist noch nicht ganz so gut. Ähm. Aber wir können das jetzt erstmal ausbrüten. Das heißt, ich tue das alles mal rein. Das Weiße brauchen wir nicht. Ähm. Das Essen brauchen wir. Was brauchen wir denn noch? Ich gebe mal kurz hier Ether ein. Ja gut. Äh. Das. Und. Die Fackeln. Das war es ja schon. Dann könnten wir hier das aufbauen. Und. Die Fackeln rein. Das Black Eye. Ja. Der macht. Sehr schön. Dann kümmern wir uns jetzt um die Herzen. Hört. So. Und. Wir machen erstmal hier die ganzen. Soweit es geht. Oh. Das war ein bisschen viel. Aber. Ich brauche 17 Stück. So. Was brauche ich noch? Ähm. Das hier. Da brauche ich auch 17. So. Ähm. Achso. Die sind. Nur auf 10 stackbar. Ja. Ja stimmt. Das sind ja die anderen auch. Also. Das macht schon Sinn. Und. Hier das noch. Dann haben wir alles. Sehr gut. Zack. Nochmal. Was fehlt jetzt? Ähm. Oh nein. Die Knochen fehlen. Bone. Ja. Die Knochen fehlen. Dann. Sehen wir uns gleich wieder. So. Ich habe wieder genug Knochen. Aber. Ja. Er ist schon fertig. Gut. Dann füttern wir den. Wo rennt der jetzt hin? Oh nein. Wir müssen wieder auf den aufpassen. Ähm. Hallo? Ja. Du rufst. Aber. Wo bist du? Hä? Vielleicht soll ich. Oh nein. Der ist jetzt durchgepackt, oder? Hä? Nee. Wo ist der? Ach. Hier ist er jetzt. Rennt der mir hinterher? Scheinbar nicht. Schade. Dann machen wir aber jetzt hier weiter. Denn. Zack. Zehn. Und. Das war's schon. Jetzt die noch. Da brauchen wir erstmal Goldblöcke. Und zwar. Neun Stück. Wenn ich mich nicht irre. Nee. Wir brauchen ja neun Goldäpfel. Das heißt. Achtzehn. Also zweiunddreißig. So. Nee. Ich kann nicht mehr rechnen. Genau. Sechunddreißig. So. Jetzt müsste es aufgehen. Ähm. Hier. Und jetzt sind die Äpfel wahrscheinlich alle. Äpfel. Nee. Achso. Ja. Gut. Ich kann mal wieder nicht rechnen. So. Hört. Dann. Nochmal das. Das. So. Machen wir gleich ein Stack. Und. Jetzt können wir den machen. Zack. Zwölf. Gut. Jetzt haben wir ein bisschen mehr als gedacht. Aber. Das geht schon so. So. Dann tun wir das alles rein. Und. Jetzt. Können wir schon sagen. So. Neun Stück. Und. Wir haben's. Jetzt tun wir die alle hier rein. Moment. So. Zack. Zack. Stacken. Und. 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 Müssten die Herzen langsam hochgehen. Aber wo ist der Moa schon wieder hin? Ach man. Warum verschwindet der immer? Der ist bestimmt schon wieder hungry. Genau. Zack. Zack. So. Beim dritten Mal müsste der jetzt erwachsen werden. Dann wird's schwer den wieder hier rauszukriegen. Deswegen geh bitte wieder nach oben. Ja. 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 Komm. Ja. In die Richtung. Und. Hier hoch. Genau. Hier. Hoch. Ja. Ja. Komm. Sehr gut. Sehr schön. Gut. Dann. Was auch immer der jetzt macht. Oh. Die hat schon wieder ein Ei gelegt. Das ist nicht schlecht. Hä? Was war das? Was? Ich baue den mal lieber wieder ab. Und. Das können wir reintun. Hier brauchen wir nur noch eins. Und ihr seht schon hier. Die Herzen die steigen. Jetzt sind wir schon bei Gold angelangt. Oder gelb. Gut. Grün können wir glaube ich nicht. Also wenn ich nämlich hier. Als Crafting Rezept. Das hier anfordern tue. Geht nicht. Ich kann drauf drücken wie ich will. Also scheint es so. Dass es wirklich nur bis Gold geht. Jetzt hier. So. Wo ist der? Nein. Ah. Hier ist der. Du bist hungry. Jetzt bist du groß. Bam. Oh. Ein Ausgewachsener. Schön. Jetzt haben wir einen Sattel drauf. Und mit dem können wir richtig oft hüpfen. So. Zack. Zack. Also wir können richtig richtig hoch fliegen. Oh. Bis zur Dachspitze. Ja gut. Ja gut. Und von hier. Könnten wir bis zu dem Dachturm. Ja. Also wir kommen jetzt bis zu unserem Haus hoch. Das ist schon mal gut. Komm. Nein. Fast. Kommen wir noch bis hier her? Ja. So. Jetzt tun wir wieder nochmal das Versuchen. Und das müsste fast machbar sein. So. Also unsere kompletten Herzen sind generiert. Ja. Wir haben jetzt über das doppelte Leben. Das dreifache Leben haben wir jetzt. Genau. Weil wir müssen ja das einfache mit zählen. Und dann noch die Darksteel Rüstung. Also. Ich würde sagen. Das ist schon mal nicht schlecht. Die beiden passen leider nicht rein. Aber die legt richtig richtig viele Eier. Wir haben jetzt schon fünf Stück. Das ist recht. Äh. Ja. Viel. Würde ich sagen. So. Wenn die dann auch noch Eier legt. Dann. Wird's gut. Aber ich seh gerade. Der hat rote Augen. Und die oder der. Keine Ahnung. Hat gelbe. Okay. Gut. Ja. Dann haben wir jetzt schon mal den. Größten. Oder stärksten Moa. Den's hier gibt. Und. Das war's mit der Folge. Wenn's euch gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wer noch nicht abonniert hat. Der hat jetzt die Chance. Um keine Videos mehr zu verpassen. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.